Nun, da unser Planner besteht, können wir auch schon die erste Aufgabe anlegen. Wie ihr hier seht, haben wir hier einen entsprechenden Button, mit dem wir das Ganze durchführen können. Mit den Tasks haben wir jetzt auch eine Listenübersicht bekommen. Dort haben wir ebenfalls die Möglichkeit, hier eine Aufgabe anzulegen. Allerdings sind hier die Auswahlmöglichkeiten ein wenig dezimiert. Wenn die Aufgabe hier allerdings angelegt wurde und wir einen Doppelklick drauf machen, bekommen wir dieselbe Übersicht, die wir gleich sehen. Deswegen wechseln wir einmal in das Board, klicken auf Aufgabe hinzufügen. Habt ihr bereits weitere Buckets hier oben angelegt, könnt ihr sie auch entsprechend dem Bucket zuordnen. Das werden wir allerdings im nächsten Schritt machen. Nun müssen wir die Aufgabe einmal benennen. Im Anschluss können wir bereits eine Fälligkeit festsetzen. Diese können wir allerdings auch im Nachgang noch durchführen oder auch abändern. Wenn wir hier einmal draufklicken, bekommen wir eine Kalenderübersicht und können uns nun einfach ein Datum aussuchen, zu dem die Aufgabe fällig ist. Das heißt, zu diesem Datum sollte bzw. muss die Aufgabe abgeschlossen sein, damit wir in unserem Projekt, in unserer Aufgabenliste nicht in Verzug geraten. Ich kann auch hier schon bereits eine Zuweisung vornehmen, die Aufgabe jemandem zuweisen. Wenn ich das Ganze durchgeführt habe, steht hier der Name. Klicke ich einmal da drauf und auf das X kann ich die Zuweisung wieder rückgängig machen. Hier werden alle Personen aufgelistet, die Teil meines Teams sind. Ist die Liste sehr, sehr lang, kann ich auch hier entsprechend nach einem Namen oder E-Mail-Adresse suchen und mir wird dann auch das Ergebnis dazu angezeigt. Klicken wir nun auf Aufgabe hinzufügen. Ist die Aufgabe auch schon erstellt. Wenn ich nun hier noch einmal draufklicke, erhalte ich eine etwas umfangreichere Maske. Diese bekomme ich auch, wenn ich in der Listenübersicht auf meine Aufgabe klicke. Dann ist die Übersicht entsprechend identisch. Nun haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, die Aufgabe einer Person zuzuweisen. Genauso wie wir es eben gemacht haben. Wenn wir das durchführen, sehen wir dann auch hier die entsprechende Person. Eine Aufgabe kann auch mehreren Personen zugewiesen werden. Wenn ihr das Ganze monitoren wollt, solltet ihr hier auch entsprechend den User des Monitorings eingeben, damit das dann auch in euren Reportings und später auch auf Project Online alles zu sehen ist. Des Weiteren können wir hier, wenn denn ein zusätzlicher Bucket vorhanden ist, auch nochmal entscheiden, in welchem Bucket das Ganze reingeschoben werden soll. Da wir aktuell noch keinen haben, ist hier auch nur das Bucket Aufgabe verfügbar. Im Status haben wir nun die Möglichkeit, die Aufgabe als nicht begonnen in Arbeit oder erledigt zu kennzeichnen. Je nachdem, in was für einem Status sich die Aufgabe befindet, können wir das hier durchführen. In Arbeit würde dann erforderlich sein, wenn wir mit der Aufgabe beginnen. Das heißt in dem Fall auch, wenn wir das Ganze auf in Arbeit setzen, sollten wir hier auch das Startdatum auf den aktuellen Tag münzen. Das Fälligkeitsdatum können wir ebenfalls mit einem einfachen Klick bearbeiten. Mit hoch, runter können wir in den Monaten vor und zurück springen. Alternativ können wir uns auch ein Jahr aussuchen, dort in den Monat springen. Das Ganze dann auch in einem etwas längeren Zeitraum betrachten und definieren. Und mit dem Klick auf heute komme ich auch wieder in den aktuellen Monat und auch die Jahresübersicht ist auf das aktuelle Jahr gemünzt. Habe ich eine Aufgabe, die in der Priorität ein wenig höher oder wichtiger ist, kann ich das Ganze hier ebenfalls einstellen oder auch sagen, diese Aufgabe hat eine niedrige Priorität. Je nachdem, was sie hier einstellt, ändern sich dann auch die Filterfunktionen, die wir uns nachher auch nochmal anschauen werden. Bei den Notizen empfehlen wir immer, einen Text zu hinterlegen, der diese Aufgabe oder das Ziel, die Erfüllung der Aufgabe beschreibt. Wenn die beauftragte Person krank wird, im Urlaub ist oder aus dem Unternehmen austritt, können Teilnehmer, die diese Aufgabe übernehmen oder kurzfristig übernehmen, aushelfen, sich über diese Notiz ein wenig informieren, was denn hier zu tun ist. Deswegen empfehlen wir hier auch mindestens 50 Zeichen einzutragen, damit das Ganze möglichst genau definiert werden kann. Habe ich eine Beschreibung eingetragen, bekomme ich hier das Auswahlfeld auf Kader anzeigen. Wenn wir das Ganze einmal durchführen, sehen wir, dass in der Aufgabe die entsprechende Beschreibung angezeigt wird. Je länger die Beschreibung ist, desto länger ist auch hier der Text. Dieser Text hat allerdings auch eine Maximalzeichenzahl. Das heißt, wenn ihr hier einen Roman eintragt, wird dieser nicht 1 zu 1 abgebildet, sondern nach einigen Wörtern wird dann Punkt, Punkt, Punkt stehen als Kennzeichnung dafür, dass der Text ein wenig länger ist. In der Checkliste haben wir nun die Möglichkeit, Unterpunkte zu setzen, um die Aufgabe nochmal in kleinere Schritte einzuteilen oder wichtige Inhalte zu platzieren, damit derjenige, der diese Aufgabe bearbeitet, auch sehen kann, was er denn nun hier genau zu tun hat. Diese Checkliste abarbeiten kann, um damit dann auch den Fortschritt der Aufgabe zu dokumentieren bzw. wenn die Checkliste abgearbeitet ist, würde die Aufgabe dann auch als erledigt gelten. Wenn ich nun hier etwas eintrage und mit Etta bestätige, sehen wir einerseits hier, dass das Symbol für die Checkliste erstellt wurde. Wir haben 0 von einem Punkt erledigt. Gleichzeitig habe ich auch hier wieder die Möglichkeit, diese Checkliste auf der Aufgabe sichtbar zu machen. Und wir haben auch wieder die Möglichkeit, ein weiteres Element hinzuzufügen. Wie ihr hier nun sehen könnt, haben wir immer nur die Möglichkeit, eine Information auf der Aufgabe anzuzeigen. Deswegen ist das immer ein Entweder-Oder. Haben wir nun eine Checkliste zusammengestellt, haben wir auch weiterhin die Möglichkeit, einzelne Punkte, wenn wir mit der Maus drüber hufern, einmal mit dem Pfeil nach oben aus dieser Checkbox eine eigenständige Aufgabe zu machen. Oder rechts daneben auf dem Papierkorb können wir diesen Punkt auch einfach und bequem löschen. Wenn ich das Ganze einmal mit gedrückter Maustaste verschiebe, habe ich auch hier die Möglichkeit, die Anordnung der Checkliste benutzerspezifisch anzupassen. Wir können auch weitere Checklisten anlegen. Allerdings ist hier aktuell das Maximum bei 20 Punkten. Es ist noch nicht klar, ob und bzw. wann dieses 20er Limit erweitert wird oder ob es uns dauerhaft zur Verfügung stehen wird. Von daher, aktueller Stand, 20 Checklisten sind das Maximum. Unter Anlagen haben wir nun die Möglichkeit, wenn wir dort einmal draufklicken, Dateien, die sich auf unserer Festplatte oder auf einem USB-Stick befinden, einzubinden. Wir haben die Möglichkeit, eine URL einzubinden oder wenn wir auf SharePoint klicken, wird die Struktur unseres Teams angezeigt. Wenn ich hier Daten abgelegt habe, kann ich sie einfach verbinden. Sind es Dateien, die irgendwo anders auf einem SharePoint liegen oder in einem OneDrive oder auch im Internet abgelegt sind, kann ich natürlich auch den Punkt Link anklicken. Trage hier entsprechend die URL ein, auch nochmal ein kurzes Textfeld mit dem anzuzeigenden Text, speichere das ab und das Ganze wird dann hier hinterlegt. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, wenn ich hier etwas hinterlege, dieses auf der Karte anzuzeigen. Microsoft-spezifische Programme Word, Excel, PowerPoint werden mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet. Sind es PDF-Dateien oder andere Formate, werden diese einfach nur mit einem Datei-Symbol angezeigt. Und das letzte Feld ist das Kommentarfeld. Das wird von uns ebenfalls empfohlen zu nutzen für Dinge, die mit der Aufgabe zu tun haben. Wenn ich nun einzelne Schritte in dieser Aufgabe durchgeführt habe, sollte ich diese hier kommentieren. Genauso auch, wenn ich mit der Aufgabe durch bin, dass ich hier nochmal ein, zwei Sätze reinschreibe. Das ist wichtig. Einerseits, wenn andere Personen die Aufgabe übernehmen, dann können sie sich anhand der Kommentare, die hier unten auftauchen, informieren, was bereits erledigt wurde, was vielleicht aussteht. Oder wenn ich in Verzug bin, kann ich natürlich auch hier eintragen. In Verzug geraten durch beispielsweise warten auf andere Fachabteilungen. Dienstleister hat nicht ordnungsgemäß geliefert, also dort könnt ihr euch natürlich auch komplett frei entfalten. Je detaillierter, je umfangreicher ihr die Kommentarfunktion nutzt, desto besser ist es dann natürlich auch im Nachgang nachzuhalten und nochmal eine saubere und detailliertere Auswertung zu erstellen. Wenn ich nun hier etwas eintrage, klicke ich einfach auf Senden und hier unten wird dann der Text eingetragen. Bei den Kommentaren ist es auch so, wir können sie nicht löschen. Daher kann dieser Verlauf auch nicht verfälscht werden. Wenn ich nun mit meinen Eingaben durch bin, gehe ich hier oben einfach auf das X und nun ist meine Aufgabe vollumfänglich bearbeitet, möchte ich weitere Bearbeitung vornehmen, klicke ich hier einmal hinein, komme wieder in die Übersicht und kann hier alle Punkte, die wir eben durchgegangen sind, weiterhin bearbeiten. Bis zum nächsten Mal.